hallo und herzlich willkommen heute bin ich wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Lords Mobile. Viel Spaß! Und da sind wir schon wieder Aua, Aua, Aua Okay, wieder da Und da sind wir schon wieder Und ja, Hurra, Hurra Da freuen sie sich Nix kaufen? Nein, nein, nein Drei 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 Wie weit ist denn da noch weg? Hallo? Oh, da. So, gut. 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 , gut. So, gut. , gut. , gut. , gut. , gut. , gut. So, gut. , 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 gut. Oh, das war so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist witzig. Das war's für heute. 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 Und weiter geht's. Ja, Kapitel 1, Stufe 12. Und dann werde ich mitnehmen. Ein Turm, aber Einheiten, ein Zauber und ein Eld. Das war's für heute. 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 Und da war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich hab's für heute. Bistin Go 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 No No Ich brauche ein paar Punkte, so ein bisschen warten Bistin Hm. Es war jetzt 12, glaube ich, müsste ich sein. Okay, das müsste jetzt reichen. Hm. Soll ich... Ich warte mal los. Ah, Zeit läuft ab. Schweinerei. Also, dann nochmal gucken. Überlegen. Was brauche ich hier am besten für? Wenn ich lieber nehme. Okay, den lasse ich. Aber nehme diesen. Vielleicht läuft das ja dann besser. Okay. Crush them! Jetzt kurz warten. Warten, bis sie wieder gestorben sind. Warten, bis sie wieder gestorben sind. Okay, sie ist gestorben, bis wir warten. Das ist eine gute Taktik. Und, ach, was war, bis die jetzt mal weg sind. Okay. 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 Jawohl. Gewonnen. Warum nicht gleich so? Nein, nicht gewonnen. Doch. Boah. Für Sekunde noch. Oh, das dauert ein bisschen länger. Ja. 1, 2, 3. Ah, das ist nicht mehr da. Schade. Das ist auch noch richtig. Forschung, die beiden Bautempo und Forschungstempo. Das ist nicht mehr da. 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 Ach so, welchen Klang hast du? Von magischen Knochen. Schwert, Ruf, Kriegshorn, Fuchs. Welche Klang hast du von der magischen Knochen, ach so. Jetzt verstehe ich. Okay, okay. Einmal gemacht. Abholen. Geschenke aufbauen. So, was müssen wir hier noch machen. Ein paar Leute bauen. Da. Pferdefinger. Dann nochmal den Heldentrainier. Oh, ich brauche diesen Tank. Was soll da sein? So, was auch gut? Ja. Vierer. Das ist nicht mehr da. Was. Dann noch alles, was ich was. Dann nochmal endlich machen. Jetzt... Da. Also, ich brauche diesen Heldentrainier so. hm, ich glaube der eine ist gleich down ja, down ist er du 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 bestimmte du 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Noch zwei. Go, 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 go. Do, 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 whatever you want to know, it's a... Oh, don't. Justice is served. Justice is here! Okay. Feindliche Verstärkung weg. You're on thin ice! Justice is here! Is that all you got? Super. Yeah. Yeah, yeah, yeah. You're on thin ice. You're on thin ice. You're on thin ice. You're on thin ice. You're welcome to my winter wonderland. Oh, so it's done. My blade hungers. For kin and country. Here we go. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt kriege ich nochmal das Letzte, damit die nächste Runde ein bisschen leichter für mich wird, ein bisschen. Okay, jetzt sind wir noch die kleinen Helden. Zubi! 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 him aplicier? also Ein Pletter zubi! Zubi! You goren! Pfaat! Oh. Bildung fest abgeschlossen. Shit. Warum nur zwei Sterne? Ach, ich würde die genommen. Ja, ich würde die. Ja, ich würde die. Bis zum nächsten Mal. Hm, schau so, geht auch nicht. Oh, ja, das ist ein Schlauch. Okay. Ach, wo muss ich denn da schon wieder hin? Rein. Genau. Und hier auf. Können wir das noch schnell fertig? Den heutigen Tag? Für eine Items-Ressourcen-Tab. Zweimal. Okay. Ich brauche... Was brauche ich denn? 45, 30... 34... Ich glaube gar nichts. Ich glaube gar nicht. Ich glaube gar nicht mehr. Ich bin derzeit. 10 und 10. Speed-up-times. 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 3.000 energie verwendet es geht aber schon ganz schnell oder ok ich verwende ausdauer in hellen stufe 60 das dauert doch auch so lange so let the storm rage on Wunderschön, das ist alles automatisch. Wunderschön, das ist hier. Wunderschön, das ist hier. Oh, schon wieder dauer. 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 Ja. Oh, schon wieder dauer. Oh, das wird noch schwieriger jetzt. Jetzt ist der Heiler weg. Obwohl, vielleicht mache ich jetzt so viel Schaden. Das ist ja vielleicht gar nicht mehr. Oh, schon wieder dauer. 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 Oh, nein. Das schafft's noch nicht. Interessant. Oh, du hast Spaß gemacht. Du bist schön. Interessant. Oh, du hast Spaß gemacht. Ich nehme mal die raus und setze den Heil rein. Weil das ist die, die immer stirbt. Ich nehme mal die, die aufgehört. Oh, du kannst, die. Oh, das ist dir alles. Dennoch ganz zu ihr. Das sieht doch schon viel besser aus. Drei Sterne? Geht doch. Ok. Wie viel Energie brauche ich bei der Quest noch? Vier Minuten habe ich noch. Wie viel Energie brauche ich? Ach so, ja, der wird hier gebaut. Hier muss ich bald. Den Zwergenkönig besiegen, vielleicht hoffe ich, dass er jetzt ist. Hm, ich hoffe es nicht. Hier brauche ich noch ein bisschen Energie. Okay, das ist der letzte Kampf und dann bin ich fertig für heute. Das war ja. Das war ja. Und. Bäh. Der Kampf gegen den König ist ja da immer. Ja okay ist mir egal, es ist ja kein Boss wo ich die 3 Sterne brauche, sondern nur on the way. Der nächste Unzuwählen, aber ich hab keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr. Was ich hier? Was ich hier? Okay, das Training warten wir noch hier ab und dann geht es weiter, naja, was heißt weiter, da ist noch eine Kiste, den brauchen wir noch schnell mit. Okay, das ist eine Kasteine, das ist eine Kasteine. Oh, no? Okay. Echt nicht mehr so fast. Okay. Okay. Und dann geht die Mal aus. Und das war's für heute, Forschung, Bauen, Fest und Training, jup, bestätigen, beenden, und ich sage danke schön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn du mein nächstes über euch seid, bis daheim, wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen.